hallo und herzlich willkommen zurück bei final fantasy 13 lightning returns wir befinden uns immer noch in luxerion und wollen jetzt mal die quest angehen mit den gestohlenen versorgungscontainern eine kleine nebenquest während wir die stadt weiter erkunden und während wir noch die nummern suchen um den vierstelligen code zusammenzukriegen wir haben einen propheten folianten bekommen also ein buch nichts was wir glaube ich direkt nutzen könnten weiter hier wieder eine wache die sagt uns wie viele leute gestorben sind 887 schon mal weniger als gestern wahrscheinlich weil wir jetzt ja da sind und ein bisschen aufräumen so muss ich mal eben gucken wo wir lang müssen ok hier können wir nicht rein das ist dann der richtung friedhof wieder aber wir können hier links runter da können wir den boulevard lang oder in die speicherstadt ich denke wir machen beides wir gehen jetzt erst mal links den boulevard in jedem winkel kann ja hier diese zahl irgendwo stehen beim letzten hat uns ja netterweise jemand gesagt da ist eine hier geht es auch noch wieder weiter das ist ja wahnsinn muss ich noch mal kurz gucken ach ne da wollen wir eh lang Sackgasse Laufen laufen hat so ein bisschen was von forest gump das spiel hier genau da wird nicht mehr viel sein da waren wir ja gerade gut 9 40 wir liegen glaube ich ganz gut in der zeit ach so hier war der typ mit den äh äh seelensamen genau 3 gesammelt 1200 gil das ist nicht schlecht verdoppeln wir fast unseren barbestand und ich weiß nicht ob man mit dem noch was anderes machen kann aber zumindest haben wir jetzt erstmal eine quest erledigt und unsere werte ein bisschen gesteigert sehr schön und noch dazu glorien bekommen und noch eine fertigkeit oder sowas hier wieder so ein kristall da gewesen grüner aero stufe 1 könnten wir gerade mal eben noch verplanen hier unser magie outfit hat das noch was das hat blitz und eis und da haben wir nur feuer da haben wir nur blitz ich mache aero dann hier mal rein nur mal zum testen wie das so funktioniert ja hier erstellt letzte nacht ja noch das chaos nebel wo die monster stärker waren das haben wir bereinigt aber ich muss sagen tagsüber ist genauso trostlos hier so testen wir hier mal das aero ne das ist nicht das aero das ist das aero ne da war ich jetzt nicht ganz zu clever wir müssen gleich unbedingt mal was essen gehen wenn da noch so eine kneipe oder sowas auf dem weg liegt zur noten heiltrank einwerfen da sind geschäfte da ist der südbahnhof gehen wir hier mal runter ist die musik jetzt deshalb bedrohlicher geworden weil ich low on health bin das wäre nicht schlecht und nichts an der gegend hier cremerin du hattest doch heiltränke genau und du das ist ein ausstatter ob sie nur euch beide hier gibt es was zu futtern Oh ne, hier gibt es eine Mandragora-Wurzel. Wieder irgendwie so ein unbekanntes Teil. Verrat es bitte nicht weiter, aber ich weiß auch nicht, wie man die Mandragora-Wurzel braucht. Ich habe sie einfach mal so gekauft, weil ich es kann. Aber hier gibt es Obst. Und der müsste so viel bringen wie ein Heiltrank ungefähr, diese Morbo-Beere. Ist aber etwas billiger, also nehme ich den jetzt. Gut. Wo ist die Zahl? Ja, am Friedhof, da müssen wir ja später noch hin. Wo ist die Zahl? Ah, das war's. Was ist die Frau der Gäste? Was ist das? Du hast heute einen Seed-Hunter-Hunter-Hunter-Hunter-Hunter-Hunter-Hunter-Hunter-Hunter-Hunter-Hunter-Hunter. Wo bist du jetzt? Daher bin ich auch ein Hunter-Hunter-Hunter-Hunter-Hunter-Hunter-Hunter-Hunter. Wie ist das? Oh, das ist ja so. Oh, das ist nett. Ich habe sie uns einfach mal die Zahl der Speicherstabfläche gezeigt. Ich werde trotzdem mal hingehen, weil da können ja noch andere wichtige Sachen sein. Da geht es auf den Pilgerdamm, da will ich jetzt gerade nicht hin. Heiligen Bezirk waren wir auch noch nicht. Ach genau, hier haben wir gestartet quasi. Diesen Tag. Und ich wollte ja eigentlich ganz am Anfang in den Heiligen Bezirk. Dann hole ich das jetzt gerade mal nach. Und was hier? Oh, so viele Menschen. Da liegt auch was. Ich dachte, etwas geschliffen. Oh, oh. Oh, ey. Hope ist irgendwie wie Harry Potter ab dem sechsten Band. Ähm, er nervt einfach nur noch. Oder war das ab dem fünften? Ach, die kennen Lumina? Ich dachte nur, wie könnten die irgendwie sehen. Lumina ist ja die kleine, die so aussieht wie Sarah. Okay. Ja, eigentlich wie eine Kirche im realen Leben. Muss man nicht unbedingt gewesen sein. Es sei denn, man ist gläubig natürlich. Er geht nur rein für mich. Äh. 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 Ja, hat sich richtig gelohnt, der Ausflug. Ja, Moment, da ist ein Leiter. Geil. Das heißt, man kann sich hier einsperren lassen und kommt dann trotzdem noch wieder raus ins den Bezirk. Hat bestimmt auch noch irgendwie einen Effekt, also ein Grund, dass das so ist. So, muss ich lang. Ich glaube, in diesem kleinen Bereich, da war ich noch nicht jetzt mal links an der Wand lang. Okay. Ja. Aha, was wo bist du denn? Hoops. Auf jeden Fall redet der nicht mit uns dieses Tier. Und eine Kugel. Zwar keine rote, aber immerhin vielleicht ein Item. Schutzfäustlinge. Wo kommt ihr denn auf einmal her? Ja, müssen wir hier später nochmal hin. Hm? Ja. 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 Ich möchte über keinen Ort was wissen. Wollen wir mal kurz nach den Reisenden gucken, aber niemand interessantes hier. Da ist doch irgendwas. Oh, ne Ziffer erstmal. Oh. Na, habt ihr ihn gekannt? Cool, das heißt, wir haben jetzt schon drei Ziffern. Ah! Hahaha! Wollt ihr vielleicht想steht das Schfriendseufel Böse auf? Nein, nein, es braucht eine Antwort. Ich habe diese Ausbildung zum Gewinnen. Ich zeige euch an die Schreiber und obendrest, und ich zeige euch das Sch不到. Nein, da können wir unsere 500 Gild behalten. Den Code kennen wir schon. Dein Bart ist auch angeklebt, oder? Mal gucken, ob wir irgendwas erledigt haben. Flauschiger Freund. Jo, wir haben jetzt genug zerrissenes Leder. Können wir abschließen. Gut, ich wollte noch nicht Speicher starten. Ah, die Kugel. Heretika Aufzeichnung. Kann man sich die irgendwie durchlesen? Inventar. Kann man nichts machen. Ja. 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 Vielen Dank.